Herzlich Willkommen, euer Freunde, zurück zu Jedi's Star Wars Fallen Order. Im letzten Part haben wir das Grab abgeschlossen von Eilarando oder sowas. Und, ja, Grabstätte als Zetto geschafft und hier sind ganz, ganz viele Gegner wieder. Wind, achso, ich wollte erstmal ein Bild machen. Stimmt, warte, ich will erst ein Bild machen von dem Ort. Der sieht echt beautiful aus. So, der sieht echt gut aus. Schön, sieht echt schön aus. Ja, gefällt mir sehr. Okay, dann können wir machen. So, was, was, was passiert, wenn ich dich wegschu... Ich möchte eigentlich mal eben kurz gucken. Ah, hallo? Kann ich dir auch wegstoßen? Das wäre cool. Ja, kann ich. Aua, okay. Aber, es ist eher ein Zufall, wenn ich es kann. Ach, nee. Das war das, okay. Das war der Wind. Der hinten schießt gar nicht mehr auf mich. Du kannst uns nicht mehr auf mich. Hallo. Oh, der ist weg. Nice. Das geht. Finde ich ja mega cool. Okay, gehen wir mal hier mal gucken. Einfach so random machen. Hier ist ein... Irgendwas. Irgendwas ist hier. Ich weiß nur noch nicht was. Oh, okay. Kommst du zu mir? Das finde ich nett. Das finde ich nett. Da muss ich mich ja nicht mehr anstrengen und zu dir gehen. So. Da war nichts mehr. Gehen wir mal hier gucken. Hier ist eine Höhle. Ja, komm. Gehen wir mal gucken. Oh Gott. Wo kommen wir denn jetzt hier wieder hin? Der Weg erinnert mich... sehr. Waren wir hier schon? Nee. Nee, nee. Hier waren wir noch nicht. Oh Gott. Ich habe mich von mir selber erschrocken. Hey, ich dachte... Ich dachte, das wäre Wasser gewesen. Soll ich mich trauen? Puh. Ah lol. Puh. Okay. Wir gehen wieder... an die Arbeit. Das war... ein... Ja. Ein wilder Ritt, würde ich sagen. Aua. Aua. Ja, ich glaube, BD1 ist schnell genug. Kann ich die Dinger hier eigentlich auch wegstoßen? Nee. Aber cool. Es kommt sogar eine Druckwelle im Gras. Finde ich ja... sehr cool. Ich komme gleich zu euch. Ah, dich aber... Nee. Ich habe das hier doch gerade so bewegt, ein Stück. Hallo? Was ist das denn jetzt hier? Warte, kann ich die Dinger auch so manipulieren? Oh Gott. Okay, das lassen wir mal. Jaja, ich komme doch schon. Zack, 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 zack. Perfekt. War ich hier schon mal? War ich hier schon mal? Achso, ich gehe jetzt wahrscheinlich zurück. Oh Gott. Warte, ich muss mal kurz gucken. Ja, stimmt. Stimmt, hier war ich wirklich schon mal. Kann ich hier hoch? Ist das eine Abkürzung? Nee, schade. Okay, dann gehen wir hier zurück. Ah, aber hier ist wahrscheinlich eine Abkürzung. Äh, muss ich hier runter? Kann sein. Oh Gott. Slaggit. Äh. Oh Gott, ich sehe nichts. Oh, da ist die Wand. Oh mein Gott. Wieso hast du dich nicht da festgehalten? Wieso hast du dich nicht da festgehalten? Oh Gott. Hä? Du, du warst da dran. Mann. Hä? Du bist ja da dran. Okay. Ich warte jetzt einfach. Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es gerade nicht. Ich bin doch da dran, oder nicht? Selbst jetzt nicht? Okay. Was mache ich falsch? Ah, okay. Jetzt auf einmal schon. Aua. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich irgendwo stoßen kann. Ich frage mich ja ernsthaft, wo ich hier bin. In Eishöhlen. Okay. Äh, X ausruhen, damit wir, ne, Fähigkeitenpunkte wieder, äh, Leben haben. Jetzt die Frage. Hier kann ich irgendwas machen? Ich gehe mal gucken, ob ich hier überhaupt was machen kann. Tür ist versperrt. Ich dachte eigentlich, wir gehen jetzt zu unserem Schiff zurück. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Oh Gott. Hätte ich das machen sollen? Ich weiß nicht. Mein Ziel ist die Mantis, auf jeden Fall. Aber die Eishöhle hätte ich jetzt doch mal gern erforscht. Ich weiß nicht, wer ich echt bin. Boah. Äh, holst du mal bitte dein Schwert raus? Ich habe Angst. Welche Tür? Die. Hier ist ein Echo. Hier ist ein Echo. Oh Gott. Was soll das? Grabt weiter. Ich will seltene Artefakte. Kein wertlosen Firlefanz. Okay. Ah. Hier sind wir jetzt wieder. Okay. Hallo? Willst du mich verarschen? Mann. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich darf jetzt hiermit nicht wieder runterfahren. Ich muss jetzt gleich wieder diesen Kampf hier aufnehmen, oder was? Oh, nein, ey. Freue ich mich, ja. Ah. Nach links. Okay. Oh, guck mal. Diesmal hat es sofort geklappt, ne? Mal erstmal wieder den Rücken brechen. So. Können wir jetzt eigentlich tatsächlich nochmal speichern? Denn wir haben ja ein Echo gefunden. Wir haben ja ein Echo gefunden. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, sehr gut. Scann den Mars. Aber der... Der steht da echt lustig, oder? Ich würde gerne ein Selfie mit ihm machen. Warte. So. Ne, warte. Boah, ist das schwer. So. Irgendwie lustig aus. Warte. Machen wir so. Perfekt. Danke. Oh, weg ist er. Ja, das sieht nicht gut aus da oben. Der Klang der Zerstörung. Da oben ist noch ein Echo. Gehen wir mal gucken. Geräusche eines Einsturzes. Oh Gott. Ich bezweifle es, dass ich bis dahinten rüber springen kann. Ich bezweifle es wirklich. Und ich bezweifle auch, dass diese Wand hier lange standhalten kann. Abkürzung, okay. Achso, falls ich mal hier irgendwo runterfallen sollte, oder so. Wahrscheinlich. Hallo? Mann ey. Ich habe gerade meine Verteidigung aufgegeben. Für dich. Meinst du, ich komme hier rüber? Ne. Okay. Okay, da kommen wir nicht rüber. Dann gehen wir erstmal weiter. So, hier haben wir nochmal eine Rutschpartie. Ah ne. Von der anderen Seite. Gehen wir mal ganz kurz hier gucken. Wenn ich da jetzt reingehe, ne? Dann werde ich ja automatisch wieder weggeschubst. Ich sehe das doch schon. Ich gucke mir mal dich an. Okay, dich kann man nicht angucken. Dann müssen wir wahrscheinlich doch da weiter. Dann einen anderen Weg. Außer jetzt hier. Okay, gehen wir erstmal hier gucken. Oh Gott. Meine Lieblingsbeschäftigung. An der Wand laufen. Aber es ging noch. Das ging noch. Ich habe ihm geholfen. Hihihi. Hihihi. So, weg mit dir. Danke. Hallo. Platz da, Leiche. Gott. Aber es sieht echt schön aus in der Eishöhle. Ich wollte gerade sagen, wohin muss ich. Bin ich zu weit gesprungen? Weiß ich nicht. Eigentlich ganz gut aus. Oh, da hinten kämpfen sie. Ich bin getroffen. Er hat schaden erleden. Wir wollen dich bewegen. So viel für dich. Wie die? Wir werden euch alle aufstöbern. Ich glaube, ich bin fertig. Ja, ich glaube, du bist auch fertig. Oh Gott. Also gut. Bring dir es zu Ende. Davon kommt noch mehr. Nun, Trazer. Alter, Junge. Junge. Oh Gott. Ich habe einen Truppler mit schwarz-hauter Rüstung ausgeschaltet. Idee auf Bracker. Auslöschungstruppler. Wir jagen ausschließlich Jedi. Kommen jetzt Inquisitoren? Möglich, aber Bracker ist weit weg. Vielleicht denken sie, Auslöschungstruppler reichen. Oder sie bremsen dich absichtlich aus. Bleib wachsam. Was ist es? Neue BD-Skin, cool. Neue BD-Skin. Was ist der neue? Oh, der neue gefällt mir. Den haben wir, glaube ich, ausgerüstet. Dann rüsten wir jetzt den aus. Der sieht cool aus. Okay, haben wir ein Echo. Ein ausgezeichneter Fund. Er bedarf meiner persönlichen Einschätzung. Abkürzung freigeschalten. Heißt, wir können jetzt hier speichern, weil wir da nicht mehr hin müssen. Das ist natürlich gut. Dann machen wir das auch. Boah, Leute. Das war was. Und wir können hier Fähigkeitenpunkt auswählen. Da wollten wir was bei einer Macht nehmen. Gruppen sind super, wenn wir die besiegen. Sehr schön. Bam. Oh, alle. Das ist doch mega gut. Das ist echt cool. So, den einen, den sparen wir nur auf für das nächste Machtding. Äh, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder gegen die ganzen... Ne, gegen dich nicht. Das ist gut. Achso, ach, wir haben, glaube ich, nicht gespeichert. Okay. Daran lag es. Die geben wir aber mal hier Heilung. Also hier links weiß ich nicht, ob wir so da hinkommen. Deswegen würde ich sagen, dass wir erstmal den Aufzug da hinten benutzen. Vielleicht führt der uns ja da hin. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da so rüberkommen. Oder kann ich die Dinger hier auch verschieben. Hm, ja. Hey, Sia. Ich bin unter einer imperialen Ausgrabung. Sie sind viel weiter als gedacht. Das ist im Moment unwichtig. Das Imperium hat dich als den Jedi von Bracker identifiziert. Wir suchen bereits nach der Mantis. Könnt ihr mit der Mantis weg? Ein Triebwerk startet zu riskant. Durch die Entladung würden sie sofort auf uns aufmerksam. Ich komme so schnell wie möglich. Okay, ich muss jetzt schnell da hin. Okay, kack auf die Eishüle. Ich muss hier weg. Eishüle, ich komme irgendwann nochmal wieder. Ja, ja. Und dann kann ich vielleicht auch weiter springen. Oh. Fail. Ich wollte mein Lichtschirr rausholen. Sicherheitshalber. Meditieren. Okay. Wenn er sagt, ich soll hier speichern, dann mache ich das auch. Puh. Leute, Leute. Okay. Das war der falsche Moment, Leute. Kacke. Boah. Das ist aber schon... schon schwer. Oh Gott. Was willst du denn? Nein. Nein. Nicht runterfallen. Das haben wir. Oh. Das ist auch super. Sehr gut. Äh. Ich muss hier hin. Ach nee. Das ist der Aufzug, oder? Von vorhin. Da muss ich doch da hinten hin. Da muss ich doch da hinten hin. Dann muss ich irgendwie... da hinten hin. Um hier wahrscheinlich rauszukommen. Fail. Okay. Den haben wir aber. Oder ich komme so dahin. Das wäre auch eine Möglichkeit. Stimmt. Darüber habe ich noch gar nicht nachgeklagt. Dass ich einfach hierher gehen kann. zack und zack. Sehr gut. Machen wir das hier. Einmal draufspringen. Huhuhuhuhu. Wir haben den Jedi gefunden. Jedi getroffen. Oh Gott. Das ist schwer an ihm dran zu bleiben. Ich brauche einen Moment. Okay. Wir können ihn aber noch kriegen. Du reißt mir. Zack. Zack. Und... Nee. Nee. Perfekt. So. Hier haben wir... Ach so. Okay. Können wir nicht benutzen. Macht nichts. Dann gehen wir jetzt hoch. Boah. Alter Schwede. Erstmal meine Hand ein bisschen ausschütteln. Oh. Boah. Ist das hier. Nervenaufregend ey. Ja ja. Guck du mal so. Du kannst trotzdem dein Lichtschwert rausholen. Für den Fall. Vielleicht erwartet uns jetzt hier was. Bin mir nicht sicher. Oh Gott. Bist du. Alter. Ja. Was haben wir hier? Irgendwelche Bretter. Grabungsausrüstung. Ah. Okay. Da könnten wir runter. Aber wieso sollten wir jetzt runter gehen? Das Spiel sagt mir, ich soll hier speichern. Ja. Dann mach ich das wahrscheinlich auch, ne? Einmal ausruhen. Sicher ist sicher. Und dann würde ich auch sagen, das war's mit diesem Part. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Kamito. Imperiale Grabungen machen die Tunnel instabil. Ja. Haut rein. Tschüss. Tschüss.